Hallo, ich heiße Ralf, ich komme aus Herrenberg und ich spiele hauptsächlich Klavier und so ein paar andere Instrumente habe ich so ein bisschen reingeschnuppert. Ich freue mich, wenn du zu meinem Seminar kommst. Ich glaube, wir können uns mit interessanten Sachen beschäftigen. Ich habe selber viele verschiedene Dinge gesehen und ausprobiert, auch vieles auf fragwürdige Weise gemacht und kann vermutlich ein paar Tipps geben, wie sich Sachen praxistauglich tun lassen. Bis dahin!